Jo Leute, was geht ab? Ich bin's wieder auf meinem Kanal. Heute mache ich neue Fußballfieberaufträge Nummer 3 und zwar rutsche und tanze innerhalb von 10 Sekunden nachdem du ein Tor geschossen hast. Einmal 2000 XP sind mal alle Fußballfelder auf der Karte markiert. Ja Leute, ich bin auf der Karte ganz genau hier, weil es einfach am nächsten bei mir war. Ihr könnt auf jeden Fall hier, hier, hier oder hier hingehen. Also, was wir machen müssen. Wir müssen einmal hier landen. Ich gucke mal, ob es extra in den Mund geht. Nein. Also, wir sollen so ein Tor schießen. Dann müssen wir innerhalb von 10 Sekunden rutschen und irgendein Tanz tanzen. Und dann hätten wir auch den Auftrag abgeschlossen. Hier, so, zack, Auftrag abgeschlossen, Leute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like da. Abonniert gerne meinen Kanal. Lasst die Glocke tief, dass ihr kein Video mehr verpasst. Und ja Leute, ciao. Vertraue und glaube, das nächste Mal, Leute. Tschüss. Tschüss.